Indem du die Schläge einsteckst, nur dann bist du es wert, an die goldenen Äpfel zu kommen. Darf ich dich küssen? Darf ich dich berühren? Möchtest du vielleicht noch, dass wir einen Vertrag aufsetzen, unterschreiben, damit es klar ist, dass ich dich anfassen darf? Weil das killt jede Anziehung. Du setzt zum Kuss an und die dreht sich weg. Heißt das okay? Jedes Nein bringt dich einem Ja näher, der richtige Umgang mit Ablehnung. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Datingcoach. Und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher die Frauen, die dir gefallen, einfach ansprichst, datest und verführst. Du hast es sicherlich auch mal erlebt, selten ist es so, dass eine Verführung total reibungslos verlauft. Also kann schon mal passieren, dass du sprichst sie an oder du hast ein Date mit ihr und ein Jackpot, das läuft wie am Schnürchen, die kommt mit dir nach Hause und ihr habt eine schöne Zeit für eine Beziehung oder One-A-Stand, whatever, das eben, was du dir wünschst von der Frau, das bekommst du auch. Aber es ist selten so, dass die Frau, die dir gerade gefällt, dass genau mit dieser etwas laufen wird. Das heißt, wenn du ein guter Verführer werden willst, wenn du gut mit Frauen werden willst, dann darfst du Ablehnung nicht persönlich nehmen, denn das wird immer wieder passieren. Ob jetzt beim Ansprechen, dass sie einfach direkt sagt, nee, keine Lust oder ob sie dich sogar datet und beim zweiten Date irgendwie der Kontakt abbricht. Es wird immer mal wieder passieren und Gewinner von Verlierern unterscheidet an diesem Punkt, dass sie das nicht so sehr an sich rankommen lassen und dass sie vor allem weitermachen, dass sie nicht aufgeben, dass sie dranbleiben. Es gibt jetzt verschiedene Arten von dranbleiben. Wenn zum Beispiel die Frau im Bücherladen ist, auch letztens erlebt, ich spreche sie an, sie schaut sich gerade ein Buch an, dann schaut sie mich an, dann reden wir kurz und dann wendet sie sich wieder ihrem Buch zu und das könnte man schon als Ablehnung werten. Aber ich bin hier dran geblieben. Ich habe nochmal nachgelegt, habe nochmal weitere Fragen gestellt und so weiter und so fort. Dann hat sich herausgestellt, dass sie einen Freund hat. Dann sage ich, hey, kein Problem, das respektiere ich. Aber wenn du keinen Freund hättest, würde was dagegen sprechen, dass wir mal einen Keks essen gehen und einen Tee trinken. Dann sagst du, nee, das können wir machen, cool. Hier meine Nummer, speichere mich einfach ein unter davidplanb, aktiviere die Glocke unten rechts, gib dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Algorithmus-Kommentar. Vielen Dank. Also ich heiße ja John, aber den Frauen sage ich immer David. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, melde dich. Ob sie sich meldet, weiß man nicht. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn sie eh glücklich vergeben ist und die Beziehung noch eine Weile hält. Aber das ist etwas, was du dir merken kannst. Dass du nicht, nur weil die Frau sich freut über dein Kompliment und dann sich wieder der anderen Sache zuwendet, eine andere Frau, die ich angesprochen habe vor einer Weile, ich stoppe sie, sie wendet sich mir zu, ich mache ihr ein Kompliment und dann sagt, okay, danke und die sie denkt, das war es jetzt und macht schon wieder so auf dem Absatz kehrt und will weiter. Und dann rede ich aber, ich ignoriere, dass sie gerade weiter will und rede direkt weiter. Und das hat dazu geführt, dass sie sich angefangen hat zu öffnen, dass sie mehr geredet hat. Noch nicht von Anfang an, ich muss natürlich ein bisschen Vorarbeit leisten, ein bisschen was von mir erzählen. Und dann habe ich gemerkt, als sie angefangen hat, Gegenfragen zu stellen, dass es schon mal zumindest das Interesse so weit da ist, dass ich hier weitermachen kann, auch ein bisschen frech sein kann. Darauf hat sie auch gut reagiert und dann haben wir Nummern ausgetauscht. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich mich sofort damit zufrieden gegeben hätte, dass ich hier ein Kompliment mache und sie einfach weiter will. Das kann man machen, wenn man jetzt zum Beispiel sich aufwärmt, wenn man jetzt noch denkt, oh, ich bin jetzt noch ein bisschen verkrampft, ich komme aus der Arbeit, ich mache jetzt einfach ein paar Komplimente und dann gehe ich direkt wieder raus. Aber wenn du das Ziel hast, von der Frau die Nähe erkennen zu lernen, die Nummer zu holen, ein Date zu haben und so weiter und nur weil sie dann direkt sich wieder abwendet, heißt es noch nicht, dass sie kein Interesse hat. Kann sein, dass sie kein Interesse hat. Oftmals ist es so, dass die Frauen selbst überfordert sind mit der Situation, damit noch nicht richtig umgehen können oder gerade etwas zu tun haben und denken, okay, hat mir ein Kompliment gemacht, jetzt gehe ich weiter. Oder wenn sie sich wieder dem Buch zu, weil sie ein bisschen überfordert ist mit der Situation und das darfst du nicht negativ werden, dann bleibst du einfach ruhig und entspannt und redest trotzdem und schaust, ob sie anfängt, das Gespräch zu involvieren. Wenn du merkst, dass du dann trotzdem irgendwie so einen Monolog hältst und da kommt nichts von ihr, kannst es auch dann sein lassen. Aber du solltest zumindest einmal nachhaken. Was anderes ist, wenn du jetzt die Frau ansprichst und die sagt, nee, ich habe kein Interesse, wenn ihr das direkt so sagt, würde ich nicht in der Regel machen. Auch hier kann man die eine oder andere Frau doch noch drehen, aber das steht in keinem Verhältnis vom Ansprechen zu dem Verhältnis, ob du dann eine Nummer bekommst oder ein Date hast oder nicht. Also wenn du die Frau ansprichst und du merkst, die will gar nicht, die zeigt dir gleich die Kale der Schule, dann sagt, nee, geh weg, gar kein Interesse, dann respektiere es einfach, da brauchst du auch nicht nachfragen und sag, okay, alles klar, kein Problem, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn es aber nicht der Fall ist und sie sich ein bisschen freut, wenn sie sich bedankt, schmunzelt und dann wieder weiter will, hier kannst du locker nochmal nachhaken. Genauso im Verführungsprozess. Wenn du jetzt schon mit der Frau auf dem Date bist und du bist jetzt so weit, dass du mit ihr zu Hause bist und du setzt zum Kuss an und die dreht sich weg, heißt das, okay, sie will nicht, aber das heißt nicht, dass es an Dauer ist, sondern dass sie im Moment noch nicht möchte, weil dir noch ein bisschen was fehlt, sie fühlt sich noch nicht so wohl, was auch immer. Und das heißt aber nicht, dass du jetzt an diesem Abend das beenden musst, sondern ich würde hier nochmal ein zweites Mal nachhaken. Also nicht direkt, sondern halbe Stunde quatschen, viertel Stunde quatschen und dann setzt du nochmal zum Kuss an. Wenn sie sich jetzt wieder wegdreht, sagst du, okay, kein Problem, aber spiel auch nicht die beleidigte Leberwurst, schmeiß sie raus und denk mir, okay, macht keinen Sinn, weil vor allem, ich bin ja ein Fan davon, die Frau relativ schnell zu verführen, wenn, also nicht auf Push, aber wenn es sich anbietet, mache ich den Vorschlag, wenn ich Zeit habe, und die Frau auch beim ersten Date, nachdem man ein bisschen draußen war, einen Kaffee trinken war, zu mir zu gehen und wenn sie dem einwilligt, warum nicht? Und dann natürlich höre ich dann zu Hause nicht auf, sondern mache auch weiter. Und mit manchen ist es so, dass es nahtlos zum Sex übergeht, andere brauchen ein bisschen und mit anderen geht es gar nicht. Hier darfst du aber auch nicht den Fehler machen, dass du zu oft ihre Geborgenheitsschwelle übertrittst. Also du weißt es ja nicht, wo die Frau ist, du musst ja einen Move machen als Mann, du musst zum Kuss ansetzen, du musst sie berühren, weil sonst weißt du nicht, geht es oder geht es nicht. Du kannst ja nicht fragen, darf ich dich küssen? Darf ich dich berühren? Möchtest du vielleicht noch, dass wir einen Vertrag aufsetzen, den wir politisch korrekt unterschreiben, damit es klar ist, dass ich dich anfassen darf, weil das killt jede Anziehung. Und das machst du natürlich nicht, das ist ein Beta-Move, sondern du musst es probieren, aber die Reaktion danach ist entscheidend, wie du mit ihrer Reaktion umgehst. Macht sie jetzt mit oder ist sie noch ein bisschen, haha, ich weiß noch nicht oder gibt die denn eine klare Kante und sagt, nee, bist hierher noch nicht weiter oder schon auch Frauen gedatet, die dann ich zu Hause hatte im Bett und gesagt haben, hä, aber nichts unter die Gürtellinie. Und auch hier kannst du nochmal nachfragen, sag, ah, okay, hast du deinen Tag? Und wenn sie sagt, ja, und es stört dich nicht, dann kannst du der Frau zu verstehen geben, dass es dir, dass es nicht so schlimm ist und so weiter und blablabla. Und wenn die merkt, dass du das nicht eklig findest, klappt es trotzdem. Wenn die natürlich aus, einfach blockt und nicht weiter will, sagt, nein, ich will einfach nicht unter die Gürtellinie, dann respektiere es. Wenn du nämlich dann das hier nicht respektierst und das Nein nicht akzeptierst, führt das dazu, dass ich meine, ah, der respektiert meine Geborgenheitsschwelle nicht und deswegen geht es auf Kosten des Vertrauens und dann will sie dich im schlimmsten Fall gar nicht mehr wiedersehen. Wenn du aber immer versuchst, die Verführung voranzupuschen, aber bei einem klaren Nein in dem Moment nicht weitermachst, führt das dazu, dass sie sich wohler fühlt, weil sie merkt, du respektierst ihre Grenzen und das führt dazu, dass es zum Beispiel beim zweiten Date oder beim dritten Date dann doch weitergeht, weil sie dir vertrauen kann, weil sie merkt, hey, der hat sich selbst unter Kontrolle, der geht auch auf meine Bedürfnisse ein und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Damit du mit Ablehnung in Zukunft besser umgehen kannst, erkenne, dass du es nie persönlich nehmen brauchst. Manchmal wird es sogar persönlich sein, sie sagt, hey, mir gefällt einfach deine schiefe Nase nicht oder dass du einen Halbglatzer hast oder dass du zu klein bist. Manchmal wird es genauso sein oder dass du dunkle Haare hast oder dass du helle Haare hast, gefällt mir einfach nicht. Wird sie so sagen oder wird sie denken und nicht sagen, aber auch dann, nimm es nicht persönlich. Du musst verstehen, es ist kostenlos, du machst Angebote, du gehst raus, das Einzige, was es vielleicht tatsächlich kostet, ist, dass du deine Hemmung, dass du dich überwinden musst. Das kostet vielleicht ein bisschen Energie, aber an sich ist das völlig frei. Du kannst jede Frau, die dir gefällt, ansprechen und die einen wollen mehr, die anderen weniger, die anderen sind ein bisschen verhaltener, kannst du ein bisschen auftauen, wenn du ein bisschen dran bleibst, aber an sich gibt es keinen Grund, es persönlich zu nehmen und es kostet nichts, wenn du dein Ego beiseite lässt. Wenn du es natürlich immer persönlich nimmst und denkst, okay, ich bin doch der krasse Typ und warum will die mich nicht? Das ist natürlich schlecht, weil das hindert dich daran, wenn du so ein verzerrtes Selbstbild hast, dass du denkst, alle Frauen wollen mich. Es gibt ja auch Männer, die sagen, ich brauche keine Frauen kennenlernen, die kommen schon von alleine und das brauche ich alles nicht. Und dann, wenn es darum geht, mal jetzt Butter bei den Fischen, die Frau jetzt tatsächlich anzusprechen oder man ist im Club und der sagt, komm, mach doch mal, dann finden die mal irgendwelche Ausreden. Das merkst du, da greift ihr Ego. Die können einfach nicht sich eingestehen, dass sie hier eine Schwäche haben. Die können auch mit Ablehnung nicht umgehen, weil sonst würden sie sie einfach ansprechen, weil sie auch, wenn sie dann abgelehnt werden, das nicht so persönlich nehmen oder nicht ihr Selbstbild so sehr zerkratzt wird. Aber das ist wichtig, dass dieses falsche Selbstbild erstmal wegfällt, damit du völlig frei die Frauen, die dir gefallen, einfach ansprichst. Und nur durch, indem du die Schläge einsteckst, indem du immer wieder auch Abweisungen bekommst, nur dann bist du es wert, an die goldenen Äpfel zu kommen. Andererseits würdest du es gar nicht verdienen. Und du darfst es auch nicht zu sehr dich auf eine bestimmte Frau jetzt fixieren, dass du denkst, okay, die eine Frau, die ich jetzt sehe oder die, mit der ich jetzt ein Date habe, mit der muss es klappen. Nein, betrachte das als Learning, als Erfahrung. Mit jeder Frau lernst du etwas, ob es jetzt tatsächlich zum Sex kommt oder nicht. Oder das unverbindliche Flirten macht ja auch Spaß. Und wenn es darüber hinaus mehr wird und du willst ja, dass es mehr wird, du wirst natürlich alles in deiner Macht Stehende tun, damit du das erreichst. Aber ob es wirklich klappt, weiß man nicht. Und deswegen solltest du nicht zu sehr auf dich, auf eine bestimmte Frau konzentrieren, weil du weißt, je mehr du ansprichst, je mehr du Angebote du rausschickst, je mehr Frauen du datest, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder eine findest, mit der es läuft, mit der du die Nummer bekommst, datest, mit der Sex hast und wenn eben nicht, dann mit der, dann eben mit der Nächsten. Und das ist genau das, was du verstehen musst, dass du dich nicht zu sehr versteifst auf diese konkrete Frau, sondern dass du dich konzentrierst auf das, was du reinsteckst, das, was du machst, auf den Prozess an sich und dann werden immer wieder neue Frauen dazukommen. Es ist wie so eine Pipeline, die dann in Gang kommt und mit der Zeit hast du dann auch so ein kleines Rotationssystem, dass du mehrere Frauen parallel datest, wenn du das möchtest und dann fällt es dir auch immer leichter, mit Ablehnung umzugehen. Also keiner sagt, dass jeder Anfang leicht ist, das wird ein bisschen mehr dauern, bis du das begreifst, diese Konzepte, aber wenn die Weichen von Anfang an richtig gestellt sind, indem du die Sachen in dem Video schon mal richtig umsetzt, wird es einfacher in Zukunft, wenn du dann die ersten Körbe und Ablehnung bekommst, weil du weißt, hey, auch dem Don John geht so, auch er wird mal abgelehnt, aber trotzdem hat er irgendwie viele Frauen. Warum? Weil ich mich davon nicht runterziehen lasse. Wenn du sagst, hey, das klingt alles schön und gut, aber genau hier habe ich Probleme, ich sehe schöne Frauen, ich komme aus einer Ehe, komme aus einer Beziehung, habe allgemein viel zu wenig Dates, viel zu wenig Sex, ich würde gerne daran was ändern, dann lass uns einfach mal unverbindlich schnacken, unter dem Video findest du einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem I, da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab, ich schaue mir das an, was du geschrieben hast, melde mich bei dir, dann sprechen wir mal persönlich und schauen wir mal, wie ich dir konkret helfen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.